Willkommen zu den heutigen VW News. Heute schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Disney Comic NFT Drop an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall auch den nächsten Marvel Comic NFT Drop an, der sehr, sehr spannend ist. Und wir schauen uns auf jeden Fall unter anderem auch nochmal hier ganz kurz das Community Update an. Was gab es dort Wichtiges? Das und sehr viel mehr jetzt in unserem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain Lion, VW UG mit den wichtigsten VW News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge Sachen mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Disney Comic und das ist nämlich The Life and Times of Scrooge McDuck, beziehungsweise von Dagobert Duck und wir sehen das Ganze hier natürlich wie immer mit fünf Covern. Das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden und das Ganze wird unter anderem am Mittwoch um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen, natürlich wie immer im Blindbox-Waitlist-Format. Ansonsten werden wir hier, wie gesagt, diese fünf Cover bekommen, an dieser Stelle auch unterschiedlich inspiriert und wir haben hier eine Editionzahl von 10.000 Stück, außerdem einen Listenpreis von 7 Gems. Ich habe auch nochmal geschaut, ob man diese Comics in irgendeiner Weise auf Go-Collect findet. Dazu findet man leider überhaupt nichts, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber nichtsdestotrotz ist das ganze Heft, beziehungsweise die Hefte auf jeden Fall bestimmt relativ interessant für Leute, die auf jeden Fall sowas feiern. Cover sind natürlich auch meiner Meinung nach teilweise jedenfalls schon ganz cool, wie zum Beispiel hier die Secret Rare, aber das ist einfach auch an dieser Stelle natürlich Geschmackssache. Viel Value haben diese Comics nicht. Und jetzt kommen wir sozusagen von einem Nicht-Value-Comic zu einem sehr, sehr teuren Comic und zwar nämlich Fantastic Four, Hashtag 2 aus dem Jahre 1961 und wir haben hier an dieser Stelle in diesem Heft das Scrolls Attack und das ist an dieser Stelle eine sehr, sehr wichtige Story. Unter anderem haben wir hier natürlich wie immer exklusive Rare wie auch Ultra-Cover mit dabei und das Ganze sehen wir am Donnerstag, den 3. August um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Mit einmal diesen Covern, die wir hier sehen werden. Ich persönlich finde die tatsächlich sehr, sehr cool. Erst recht hier das Ultra-Cover sieht wirklich extrem cool aus und passt wirklich perfekt auch zu dem Titel Fantastic Four. Natürlich hier mit einer 4 und den Scrolls. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Comic erstmal von den Covern her und auch wenn man sich das Ganze hier auf GoCollect anschaut, dann wird das schon richtig spannend. Denn wenn man sich hier nämlich die Comics mal anschaut, abwärts der 9.4, 66.000, 38.000, 11.000, dann sieht man relativ schnell, wir haben es hier schon wirklich mit einem sehr, sehr teuren Comic zu tun. Unter anderem haben wir hier bei der 9.6 wie auch bei der 9.8 gerade mal ein Grade und bei der 9.6 zwei Grades, was extrem wenig ist für dieses Comic. Und man sieht jetzt hier 2012 war hier der letzte Verkauf von knapp 50.000 und hier 2013 war hier der letzte Verkauf knapp bei 65.000. Die letzten Verkäufe liegen teilweise 10 bis 11 Jahre zurück und das ist wirklich eine enorm lange Zeit. Ich würde mal schätzen, dass heute diese 9.6 beispielsweise hier mindestens über 100.000 landen würde und die 9.8 wahrscheinlich über 200.000 bis 300.000. Also wir sprechen hier schon wirklich von einem sehr, sehr guten Comic. Erstmal von der Story her und auch von den Preisen auf dem Marketplace. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein Drop, den ich definitiv mitnehmen werde. Schreib du mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, ob du den ganzen Drop auch mitnimmst. Ja und ansonsten kommen wir zum Community Update und heute gibt es auf jeden Fall jetzt mal eine richtig lange Zusammenfassung, denn es ist so unglaublich viel passiert. Ich höre lieber auf zu spaßen, denn es ist eigentlich fast gar nichts passiert und eigentlich hat man eine Stunde lang zugehört. Es war teilweise ganz interessant, weil man ein bisschen das Verständnis bekommen hat, okay, was geht jetzt gerade im Hintergrund vor sich. Im Großen und Ganzen war aber das Einzige, was sie wirklich auch angekündigt haben, zwei Sachen haben sie angekündigt. Erstmal, dass unter anderem das Waitlist-System noch geupdatet wird und es dort die Möglichkeit geben wird, 24 Stunden vorher schon rein zu joinen und dann etwas zu aktivieren, dass wenn man den Drop bekommt, dass die Gems direkt abgebucht werden und das Collectible sozusagen automatisch gekauft wird. Das heißt, dass man nicht mehr sozusagen dabei sein muss und dann auf Buy Now drücken muss, was ich eine sehr, sehr coole Funktion finde und glaube auch international hier Zuspruch gewinnen wird. Denn das Problem ist, wenn bei Leuten zum Beispiel 2 Uhr nachts ist und der Drop halt stattfindet, dann kann man halt einfach nicht erwarten, dass so viele Leute dann mitmachen. Dementsprechend wird Vivi diese Funktion einführen, einfach um das Ganze für den internationalen Raum einfach deutlich, deutlich entspannter zu machen. Meiner Meinung nach an dieser Stelle eine sehr, sehr gute Sache. Ansonsten gab es auf jeden Fall noch eine weitere Ankündigung und zwar müsste das heute sein, dass nämlich heute die App tatsächlich auch für einige Stunden down sein wird, beziehungsweise eventuell war das auch schon. Ich habe leider nichts mitbekommen, dass es schon so war. Dementsprechend gehe ich noch davon aus, dass es auf jeden Fall kommen wird. Dort wird wahrscheinlich das Viviverse mehr oder weniger noch mehr implementiert in die App, denn ja, die App komplett offline zu nehmen ist schon ein sehr, sehr großer Eingriff. Das haben wir sehr, sehr lange nicht gesehen. Dementsprechend ich gehe davon aus, dass wir hier dementsprechend auch die Viviverse-Erweiterung sozusagen jetzt in die App bekommen und dementsprechend auch die ersten User dann hier bald starten können mit ihrer Experience. Aber das war es im Großen und Ganzen eigentlich von dem Community-Update. Ich persönlich war ja etwas enttäuscht. Ich habe das Ganze aber trotzdem natürlich aufgenommen. Für euch findet ihr auf dem Channel unter Livestreams. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch ein weiteres Thema an, denn ja, seit gestern bin ich wirklich zwei Jahre hier auf YouTube und ich möchte mich auf jeden Fall riesig bei jedem Einzelnen von euch da draußen bedanken. Für jeden Einzelnen, der mich abonniert hat, genauso wie der meine Videos schaut und mir tagtäglich auf jeden Fall auch die Motivation in den Kommentaren gibt. Vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle an euch da draußen. Und ich habe mir gedacht, warum nicht einfach zu diesem Milestone einfach noch was Gutes tun und dementsprechend habe ich eine Charity-Aktion gestartet, wo ihr unter anderem auch Collectibles gewinnen könnt. Und zwar habe ich nämlich hier die Charity-Aktion gestartet für eine Organisation, bei der ich auch schon seit Anfang des Jahres bin und dort zwei Partnerschaften habe, zwei Kinderpartenschaften, unter anderem die Organisation selbst, heißt Togo Neu Horizont e.V. ist eine deutsche Organisation, der an dieser Stelle auch hier das DZI-Spendensiegel, also schon relativ vertrauenswürdig. Und auch ich habe auf jeden Fall auch wirklich viel Vertrauen einfach über die Partnerschaften, weil ich dort einfach ein sehr, sehr engen Kontakt unter anderem auch bin. und hier habe ich mir ausgesucht, das Projekt Brunnenbau mehr oder weniger zu unterstützen beziehungsweise darauf den Fokus zu legen. Das heißt, wenn du Lust hast zu spenden, dann kannst du das auf jeden Fall gerne machen und ab einem Betrag von 5 Dollar hast du unter anderem auch die Möglichkeit, hier eines der drei Collectibles zu gewinnen und das Ganze wird dann auf deinen Account transferiert. Ansonsten musst du auf jeden Fall mir auch den Screenshot von der Donation natürlich schicken über Instagram, Twitter oder Telegram, da wo du mich kontaktieren kannst. Und ansonsten ganz wichtig, ihr müsst natürlich an das Brunnenbauprojekt spenden. Das ist auf jeden Fall noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ansonsten Wege, wie ihr spenden könnt, findet ihr hier einmal unter den QR-Codes, einmal für Visa, Mastercard und JiroPay und dann einmal noch für Paypal. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn du daran teilnimmst und wir vielleicht sogar hier auf jeden Fall einen Brunnenbau supporten können. Das ganze Giveaway endet an dieser Stelle am 31. August 2023. Das heißt, ihr habt jetzt noch in etwa einen Monat Zeit, das Ganze hier zu machen und ich denke, für 5 Dollar sollte bei jedem drin sein. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dir das Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.